moin ihr lieben ja ich wollte euch nur kurz mal mitteilen momentan sind zwar neue videos geplant aber ihr seht ja schon nein ich habe nichts anstecken dass ich habe kopfschmerzen immer nur nachts und dags ist immer alles weg ja ich muss mal ich muss das mal durchchecken lassen was das ist es ist einfach nervig man kann dann die ganze nacht nicht schlafen man wälzt sich im bett hin und her weil man einfach ganz dezente kopfschmerzen hat die einen den alten die die mein alltag so ein bisschen ja einfach erschweren und morgens früh in der nacht irgendwann hört das dann auch wieder auf es ist jetzt nicht so dass man jetzt sagt man springt an der decke oder so vor schmerzen aber naja also ich bitte um verständnis dass momentan keine neuen videos derzeit hochgeladen werden obwohl ich schon einiges geplant habe müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten also gewogen treu bleiben abonnieren nicht vergessen daumen da lassen tschüss euer peter rocker billy und wir sehen uns und hören uns bzw wir hören uns und ihr sieht mich